Für manche kommt ein Unglück selten allein. Hi, Michael! Michael ist die beste Freundin von Jade, die ja mit Sarah was hatte. Als wir zusammen waren, sie ist halt die beste Freundin und sie hat mich damals als Hinterf*** beleidigt und deswegen muss ich mit ihr halt nichts zu tun haben. Sagst du Hallo? Ne. Doch. Wenn sie dir Hallo sagen, sagst du Hallo? Ja. Oh, sorry! Sie wird ja schon haben. Ich werde sie nicht umarmen. Ey, ich bleib mir treu. Ich verstell mich doch hier nicht. Ich bitte nicht. Hallo, ihr süßen Beuße! Hello! Ich bin erst mal hier angekommen und will sich mit fast als erstes Carina. Sie hat mich erst mal ignoriert. Wir sind ja keine drei mehr. Also wir haben ja auch eigentlich kein Problem miteinander. Sie hat ein Problem mit meiner Freundin und ich habe mich bis jetzt immer rausgehalten. Und dann habe ich sie halt angestupst. Rückgegehen! Hi Carina! Hi! Und sie so, hi! Und guckt direkt wieder weg. Und ich denke mir so, ja wow, supergeile Begrüßung. Wo ist das? Und du bist so, ja? Und du bist so, wenn es so? Und du bist doch? Wo ist das? Vielen Dank.